Ihr wollt wissen, wie das mit den Schrauben weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie is it euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Äh, Käffchen. Ruckeln und dann ein Käffchen. Hat ja wieder gut geklappt. Ähm, Schrauben. Schrauben und lustige Geräusche. Äh, auf die lustigen Platten, die wir da hingesetzt haben, wollen wir lustige Schrauben machen. Heute wird eine lustige Folge, offensichtlich. So, fliegen wir mal hier runter und gucken wir mal. Wow! Okay, es wird auch eine laute Folge werden. Okay, ich verstehe. Holy crap! Das ist aber die Apparellos da unten, die geben Gas. Mann, Mann, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Fangen wir mal hier mit den, äh, Splittern an. Die wollen wir wieder schön alle in die Mitte setzen. Das würde erklären, warum das so laut ist. Ich habe an dem, an dem einen Regler rumgefummelt. Ha! Das ist doch viel, viel besser. Guck mal an. So, das hier haben wir da. Das hier haben wir da. Das sind auch Sätze, die ich mir, glaube ich, patentieren lassen sollte, oder? So, dann gehen wir zu dem Kollegen. Der macht nämlich alles dorthin. The Rear. Faszinierend. Ich meine, dieses lustige Spiel hier mit dem Aufbauen, das kennt ihr ja alles schon. Da brauche ich euch nicht viel zu erzählen, ne? Das ist quasi von der Art her wieder genauso wie da unten drunter. Aber das müsste dann hier sein, wenn ich es richtig habe. Jetzt gehen mir gleich die Platten aus. Aber ich muss die ja nicht so weit laufen. Denn Platten sind zwei Etagen tiefer. Und vielleicht hier irgendwo in der Kiste, wenn ich nur wüsste, wo ich die hingepacht habe. Habe ich die eine Kiste ja eigentlich schon leer gekriegt? Oder war die hier drunter? Oh, so weit brauche ich gar nicht gehen. Das ist ja auch schön. Okay, der war erstaunlich gut, wie ich sagen muss. Also, ja, Eigenlob stinkt, aber... Ich fand ihn gut. Aber Kabel waren hier nicht drin. So, und dort nach ganz hinten. Und dann geht das weiter. Dann haben wir den Spaß doch gleich schon fertig hier. Die erste Runde. Jo, da sind wir. Jetzt können wir hingehen und uns den Kollegen schnappen. Ja. Nicht das machen. E drücken wäre richtig gewesen. Fusionator. So, wir möchten auf dieser Seite fusionieren. Und zwar immer so, dass das in die linke Richtung rausgeht. Dieses Geräusch da unten ist faszinierend. Hat so ein bisschen was vom Terminator. Finde ich. Findet wahrscheinlich kein anderer, aber... Ich schon. Da noch was. Da noch was. Und da. So, dann direkt einen weiter. Und dann schauen wir mal. Da kriegen wir auch noch alles schön hin, oder? Wie gesagt, geht ja relativ schnell. Ich habe mir fehlen Stangen. Ich weiß, dass hier unten Stangen waren. Das habe ich mir gemerkt. Wo war die Kiste? Kiste, Kiste. Da. Zack. Fusionator. Doom. Oh Mann, wenn das dann hier oben genauso läuft. Am besten sind sie alle synchronisiert. Alle drei Etagen. Stellt sich in die Mitte. Und zack. Hast du... Nicht eine Mittelorientierung. Wie heißt das? Trommelfellriss. 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 So. Hier noch einen. Fertig. Dann nehmen wir uns das. Da haben wir noch nicht genug von. Da habe ich gesagt, da gehen 150 rein. Das ist immer so ein bisschen was. Aber ich glaube, Stahl hat man da unten auch noch viel. Also von da her. Kurz oder lang kann ich sowieso den ganzen Kram von da hinten auch wieder... Okay, das war es schon. Jetzt muss ich einmal hier gucken, dass ich auch die richtige Nummer nehme. Der war doof. Ach, Mark II hätte gereicht. Aber davon habe ich nicht genug. Oder? Da habe ich genauso viel. Moment. Dann machen wir mal anders. Wir gucken mal eben, dass wir die Mark II Dinger kriegen und hoffen, dass wir die hier haben. Und dann ziehen wir das alles auf zwei rum. Da hätten wir noch mal 100. Wenn das da nicht ist, dann ist das da oben. Da hatten wir auch noch eine Kiste hingestellt. Hatten wir hier nicht eine... Ach nee, die hatten wir komplett genommen. Moment, der Spass wurde hier gebaut. Das weiß ich noch. Die sind alle schon wieder verballert. Das kann doch gar nicht sein. Kann doch nicht sein. Ich will die doch nicht jetzt dingeln hier. Da sind keine, da sind keine. Hier unten sind auch keine. Dann hoffe ich mal, dass wir mit 190 davon auskommen. Uiuiui. Das könnte eng werden. Ansonsten haue ich da eben ein, zwei Maschinen hin. Die die Dinger bauen. So. Da. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ansonsten muss ich ja wirklich noch rechnen, nachher. Ist ja ganz doof. Obwohl ich denn auf 60 umstellen kann und so. Weil normale Platten habe ich genug. Aber es könnte reichen. Da sind immer drei. Da ist schon. Einmal hier rüber. Zack, zack. Und da. Wir machen das jetzt von dieser Seite aus. Hoch weiß ich das für nur. Ah, guck mal, das passt auf jeden Fall. Jetzt ist nur noch die Frage, wie viel ich davon brauche, um die 36 Apparillos zu machen. Das sieht schon mal schlecht aus. 36. Da habe ich 72 von. Okay. Ich habe auch nicht genug Kabel. Das ist also auch nochmal. Kabel könnte ich mir da hinten holen. Aber den Kram habe ich halt nicht hier. Oder nie eingelagert. Wir wollen haben... Dirt, 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 dirt. Und so zwei Kistchen da, drei. So. Wo haben wir sie? Die waren, glaube ich, auch nicht so lange. Oder sechs Mal. Naja. Die 20, die schaffen wir. Glaube ich. Hoffe ich. Will ich hoffen. Au. Hau ich gegen. So, na komm, haben wir ja relativ zügig. Wie sieht es eigentlich mit den Kabeln aus? Ich habe nur noch drei Draht. Habe ich hier noch Draht drin? Guck mal, war ich nicht so weit rennen. Äh, Kabel, Kabel, Kabel. Zeige nur herstellbare Kabel. Bam, bam, bam. Ja, aber das geht schnell genug. Da ist wenigstens einmal klicken, direkt einmal... Also einmal Ding Dong da ist direkt einmal Dong Ding. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ja, kannst du mir eine erklären? Ja. Das war ein Treffer. Passt. Rauf da. Wir fangen dort vorne an. Demo Ring. Oh, jetzt müssen wir wieder auf... Echt jetzt? Echt jetzt? Ähm, mich war bin ich aber auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Habe ich nicht wie dabei gedacht. Ich meine, das war offensichtlich, dass das nicht so sein soll, würde. Das hier ist der Ausgang. Da unten wäre ein Eingang. Passt. So. Das ist aber... Passt aber hier in der Ausrichtung nicht. Das machen wir jetzt anders. Mal hier gucken, wie er... Das jetzt so steht. Dann können wir den nochmal wegnehmen. Und daneben setzen. Dann passt das nämlich. So. Habe ich das hier hinten genauso dämlich gemacht? Gott, was bin ich doof. Was habe ich mir denn da gedacht? Äh, nein. Und vor allem, warum habe ich es hier richtig? Sag mal. Äh, Logistik. Förderband Mark II. Bitte da rein. Bitte da rein. Jetzt einmal da rüber. Mal das da auch nochmal. Oh, ne. Also wirklich. Ah ja. Der wäre ja so richtig dämlich. Das hat nicht gepasst. Nein. Das hat gepasst. So, drehen. Äh. Das dürfte passen. Dann gehen wir hier rüber. Und dann gehen wir hier rüber. Dann kommen wir hier vorne irgendwo an. So. So. das schaffen wir doch wohl hier ja soviel dazu das schaffen wir doch wohl hier genau hat ja super geklappt machen wir das nochmal umdrehen wäre nicht schlecht so ist gut so und hier noch mal so umdrehen jetzt ist wie viele haben wir noch? zwei eins und dann den sehr gut ok jetzt muss der ganze Shit natürlich weggeräumt werden und wir wissen dass wir ganz viel haben deswegen machen wir direkt hier nein mit vollgas raus ähm vielleicht ist der wieder ok immer noch der mal eben gucken ich will ja eben direkt die äh wie heißen sie da ist was ist denn hier im weg? ach beton fehlt so haben wir hier beton drin natürlich haben wir hier beton drin was sollten wir sonst drin haben also nochmal ich wollte eben hier platz schaffen damit wir die schredder dahin schmeißen können davon brauchen wir was habe ich gesagt vier Stück 1 2 3 4 und ich habe quasi nichts dafür da 60 platten das ist natürlich das belastend äh wie ist hier ok habe ich noch für 60 platten und für 120 kabel 120 kabel sind nicht das ding dam 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 dann ja 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 Kabel haben wir und von denen die 60. Oh, die dauern so ewig. Ja, macht hier nix. Trinken wir uns noch was. Wie war euer Wochenende so? Oder eure Woche? Woche wäre besser, ne? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ach ja. Fast geschafft. Der Witz daran ist ja, dass ich das hier alles mache, damit ich von den Dingern da mehr kriege. Wo mir jetzt schon auffällt, dass ich garantiert zu wenig Platten haben werde. Andererseits, wie ist das Verhältnis? Ja. 1 zu 2. Von den... Also... Ich kriege jetzt 1800 Schrauben, das heißt, ich bräuchte 900 Platten. Das ist ja alles doof. Aber macht nix. Da ziehen wir jetzt eben durch und dann haben wir hier Spaß hier laufen und dann können wir uns darum kümmern, dass Nährkram schneller gebastelt wird. Da ziehen wir auch schön auf die Fläche da vor uns. Da haben wir ja Platz. Nenigens Produkte da rein. Mann, 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 Mann. So, ja. Unser Fabrikstandort, der wird langsam ordentlich. So. Awesome, Schreller. Wo haben wir da... Gehen wir da eine Linie? Da kriegen wir eine Linie. Das ist super. So, windnah kann ich rangehen. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir mit dem hier. Okay. Ich genüge Freiräume. Packen wir daneben. Dahin. Und du kommst. Zu guter Letzt hier hinten hin. So, dann nehmen wir uns das. Förderband Mark IV. Das ist das, was da rauskommt. Und das ist das, was da rauskommt. Und dann ziehen wir den Spaß einmal hier durch. Und dann hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen von den Stahlbetonträgern. Also auch kein Problem. Da hin. Da hin. Da hin und dorthin. Dann einmal auf die andere Seite rüber. Und zwar genau in die Mitte wieder. Die Seite einmal fertig. Nee. Nee. Nee, so machen wir halt nicht. Wir machen lieber so, ne? Ja, hat ja super geklappt alles. Ähm, das hätten wir. Dann kann das hier weg. Und wir fangen mit den... Da brauchen wir jetzt überall nur diese hier. Das heißt... So. Die haben wir. Dann haben wir hier. Und hier. Also ich weiß nicht, ob es noch ein schnelleres Schraubenrezept gibt. Also die mehr raushauen als dieses hier. Aber ich glaube 50 pro Minute ist schon echt hart. Vor allem mit dem Einsatz, den wir da haben. In der Hoffnung, dass ich nicht allzu viel daneben gerechnet habe. So. Was da hin? Was da hin? Was da hin? Die beiden dran. Dann haben wir das doch schon mal. Und dann geht es um die letzte Reihe. Wir müssen ja noch einmal zurückführen. Rekofani. Ich bin ganz schön groß hier. Genau. So wollten wir das haben. Warum steht da eigentlich ein einsamer, verlorener Strommast? Schuss. Wollen wir nicht. Wir hatten doch hier irgendwo uns den Strom dahin gezogen. Genau. Weil wir hier gesagt haben, unter den dreien. Da passt das. Dann können wir ja hier ein Vorgehen, einen Strommast genau mittig setzen. Und dann von da unten hier raufziehen, was uns überhaupt nichts mehr bringt. So funktioniert mal. Sehr schön. Ich glaube, diesmal, bevor ich die Kabel wieder mache, gehe ich einmal Kabel holen. So, einmal hier durch. Gewebe war es. Genau. Gewebe. Ach, das Thema hier hinten. Irgendwann müssen wir da ran. Ja. Das weiß ich. Den einen zurück, den da rein. Passt. Da brauchen wir gerade noch. Das sollte alles gehen. So. Dann rennen wir mal zurück. Und setzen oben einen Deckel drauf, damit wir den ganzen Spass auch anschließen können. Der Deckel geht aber auch nicht wieder allzu weit, weil die Apparellos viel zu hoch sind. Ja, warte mal. Kann ich das eigentlich von hier oben machen? Da habe ich ja ein bisschen Übersicht zum Bauen. Warte mal. Eins, zwei, drei. Okay. Gut. Drei reichen nicht. Äh, dreieinhalb reichen. Ne, das ist sehr eng. Geht da oben rein. Wollen wir nicht. Vier waren es. Okay. So. Müssen wir einmal gucken, bis wohin wir kommen. Ziehen wir das hier durch oder ziehen wir das nur da drüber? Ne, komm. Wir ziehen erstmal hier durch. So, nun reißen wir einen wieder ab. Wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das heißt, wir müssten doch schon relativ weit sein, oder? Sind wir hier wohl im letzten Tatsache. Ja, perfekt. Und dann gehen wir hier rüber. Und ziehen unser Wändchen, äh, unser Dach einmal hier rein. Und einen noch da rüber. Und dann da lang. So, dann machen wir jetzt um die Richtung einmal, fertig. Und dann geht das hier, ne? Da lang. Wow, 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 wow. Der war gemein. Ja, hat auch nicht aufgepasst. Ich dachte, ich habe schon wieder zwei hingesetzt, oder? Wo bist du? Ach, da oben. Logisch. Fliegt ja auch. Hei, hei, hei. So, den Kollegen hier einmal fällig machen. Hei, 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 so kriege ich einen Drehwurm. So. Da, 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 da. So. Dann haben wir das auch. Bums. So, anbieten wird sich ja. Auch hier die Mitte zu nehmen. Das heißt, wir packen da oben wieder einen hin. Äh, Stromverteiler 4. Genau. Da kommt auch schon mal direkt einer dran. Und dann müssen wir einmal hingehen. Von denen hier welche setzen. Und zwar immer da. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und, oh, warte mal, kriegen wir einen da oben noch hin. Einer da oben wäre noch super, ne? Ah, verdammt. Ah, verdammt. Egal. Dann machen wir trotzdem noch einen hier vorne an die Kante. Du bekommst schon mal dort einen hin. So. So. Ach, jetzt geht das wieder los, dieses Ungefriemel. So, den letzten setze ich erst dann, wenn ich die Apparellos angeschlossen habe. Von wo ausschließe ich die denn am besten? Oh, warte mal, aber bevor ich das wiederum mache, jetzt habe ich gesagt, das kommt von hier, ne? Das lassen wir da hochgehen, also machen wir hier noch ein paar... Ja, doch, einen davor noch. Äh, 450er Band. Bam, 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 dich ziehen wir hier rum und jetzt müssen wir mal gucken, wo war der Spaß, wo wir hoch konnten. Wir können direkt hier neben setzen, das ist doch schön. Jetzt fehlt eigentlich nur noch. Von da aus, das können wir hier alles abreißen, das kann weg, das kann weg mit den beiden Ständern. So, wie machen wir das jetzt am besten? Der Kollege kommt mit hier runter. Und zwar... Wo? Drehen wir dich so. Dann sagen wir, wir hätten gerne von da aus ein Band, das hier anschließt, was aber nicht geht, weil da das hier alles im Weg ist. Also sagen wir, wir hätten gerne von da aus ein Band, das dort anschließt. Alles nehmen. Überall liegen Kisten rum, da vorne ist ja auch schon wieder eine. Ich glaube, unten am See waren auch noch eine ganze Menge Kisten. Und ja, ich habe gesehen, dass da Zeug drin ist, das ich eigentlich gar nicht haben will. Nämlich hier der Spaß. So. Da brauche ich ja nicht. Da läuft jetzt erstmal alles komplett da hoch. Das ist schon mal gut. Das ist aber die falsche. Da wollte ich mir gar nicht angucken, der da hinten. So. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Guck mal, das kann ich doch auch hier wegnehmen. Da sind wir. Und jetzt noch einen höher. Sind wir schon mal da. Perfekt. Das verteilt sich jetzt schön. Scheint sich auch recht gut zu verteilen, wenn ich das richtig sehe. Geht in die Apparellos, die immer noch nicht wissen, was sie tun sollen. Da müssen wir den nämlich gleich auch noch beibringen. Aber erstmal bringen wir denen jetzt Strom bei. Gehen wir mal hier rauf. So. Da. Anschließen. Nimm mal dieses Viddelige hier. gehen wir mal. van Exactly. Ich halte dich ganz gut. tsp Na komm! Da dran. So, die Reihe ist für dich. Dann gucken wir uns die Reihe an, du kommst da dran. So, die sind alle, würde ich behaupten. Jo, jetzt sind wir hier. Du kommst dahin. Dahin. Du bist da ganz hinten und du bist hier zwischen. So, das sollte passen. Jetzt müssen alle dran sein. Dann heißt das, wir gehen jetzt hier rüber und sagen wir hätten gerne die alternativen Gusschrauben. Ziehen wir das besser von unten durch oder? Ich glaube schon. Oh Mann! Da ist halt immer so viel Kleinscheiß, ne? Geht das eigentlich, wenn ich eine baue, setze, also richtig hinsetze, dann das Rezept einstelle und erst dann sage, hier, ich möchte das nochmal bauen, dass er das übernimmt. Glaube ich nicht, ne? Ja, das wäre was fürs nächste Mal zum Ausprobieren. Wird garantiert nicht das letzte Mal sein, dass ich so einen Spaß baue. Das Problem ist, bis dahin habe ich sie wieder vergessen. Mir schon alt. So, den. Die ersten beiden Reihen haben wir damit ja schon mal durch. So, rüber. Also, wenn ich jetzt sage Einstellung kopieren. Wie war das? Konnte ich die dann angucken und sagen... Nein, konnte ich nicht. Das heißt, ich spare rein gar nichts. Das wird dann interessant, wenn man irgendwie über- oder untertakten will. Und macht gar nicht mehr einheitlich Rabums. Das ist voll langweilig. So. Hier haben wir auch die Reihe. Dann schnappen wir uns diese hier. Zack. Die alternativen Schrauben. Besser als alternative Fakten. Den da dran. Dann machen wir noch den da dran. Und verlaufen uns hoffentlich nicht. Äh, hoffentlich meine ich. Hier wirst du dich meinen. So. Jetzt gehen wir einmal hier hoch. Und dann sehen wir das alles nicht, weil es lange kein Strom dran ist. Sehen wir gar nichts. Okay. Wir fliegen da vorne hin. Und sagen... Und sagen... Du Kollege, gehst bitte da ran. Ich sehe eine Menge gelb. Ich sehe hier einen roten. Du hast keinen Strom. Du hast keinen Strom. Warum hast du keinen Strom? Warum hast du keinen Strom? Weil du tatsächlich keinen Strom hast. Hä? Ähm... Von da. What? Jetzt gemacht? Shit. Äh... Hat ja super funktioniert. Ähm... Strom. Einmal den da upgraden. Den da entfernen. Na, hab ich nicht aufgepasst. Okay. Das sieht ja schon mal soweit ganz gut aus. Da habe ich eigentlich nicht richtig erwischt. So. Ich sehe jede Menge grün. Das bedeutet, ich muss auch hier jede Menge Schrauben runter gehen sehen. Und hier vorne kommen jede Menge Schrauben an. Oh yeah. Das wird mehr. Sehr schön. Ist ja optisch auch eher interessant. Komisch, dass zwischendurch mal was hakt. Aber das könnte daran liegen, dass irgendwo gerade dicht genug ankommt. Hier hinten zum Beispiel. Andererseits, bis die 50 raus sind, müsste ja auch immer erstmal einen Moment dauern. So, gucken wir mal, bis wohin geht denn unser Eisen in der Regel. Ich habe doch nicht falsch gerechnet, oder? Du hast zwölfeinhalb pro Minute. Ich habe gesagt, 450 durch 12,5 sind 36. Das passt. Wir sind wieder an dem Punkt. Kennt das Spiel volllaufen. Und das dauert natürlich immer einen Moment. Der ist zum Beispiel hier schon mal voll. Hier sieht es mit dem aus. Du bist fast voll. Jetzt bist du voll. Wenn ich die 60 kriege, jetzt geht da mehr weiter. Das heißt, da läuft mehr rein. Das ist doch super. Ja, das ist alles recht. Noch recht langsam, aber ich wage mal zu behaupten, wenn ich die, also im Moment, wenn ich Schrauben brauche, reicht das. Jetzt. Außerdem habe ich ja, ich glaube noch einmal drei, ein oder so. Also ich habe auf jeden Fall bis dahin. Ich bekomme aus der obersten Etage, da habe ich noch alles über. Dann habe ich hier mindestens noch drei. Oben drei sind also schon mal sechs Bänder mit 450, die ich machen kann oder nutzen kann. Und hier gehen gerade mal zwei raus. Das heißt, da ist auch noch eine. Ich habe sieben Bänder. Oh, das war jetzt aber auch wieder eine schwere Rechnung. So. Warum ist der eine? Ah, okay. Die sind in der Mitte einfach gelb, weil sie jetzt zu langsam die Sachen kriegen. Okay. Aber grundsätzlich funktioniert das. Das sieht doch schön aus. Jo. Haben wir hier eigentlich ein. Erstmal. Das hier muss weg. Und da muss wieder einer rein. Das machen wir noch eben. Oh, hier haben wir auch die Ecke genau hingekriegt. Das ist super. Das gefällt mir. Das heißt, man könnte hier theoretisch sogar sauber runter bauen mit einem Treppenhaus oder sowas. Aber bei so einem ganzen Deko Zeug, da ändert sich ja auch noch mal ganz schön was beim nächsten Update. Man kann endlich schräge Dächer bauen mit Wänden und so und die Verkleidung an der Seite, wenn es mal so rauf und runter geht, hatte ich hier unten so ein bisschen Stress hier unten drunter. Aber das kann man jetzt schöner machen. Wahnsinn. Hier oben ist kein geiler Thumbnail. Wo kriege ich denn den gleich her? Naja, das werde ich schon noch rausfinden. Hm, das könnte ganz gut sein hier. Jo, das nehmen wir auch. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Und über einen Kommentar freue ich mich riesig. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.